Das ist genau die richtige Zeit für diesen Rage gewesen Hallo Leute, ich habe wieder ein Und weiter geht's Und die Base ist so low, da muss ich auf jeden Fall einen Two-Star machen Ich guck mal, dass ich Ohne den King hier irgendwie zu aktivieren Das so mache und dann die Queen gleich woanders reinschick Ja, ich gehe mal davon aus, ich werde die hier reinknallen Und werde dann aber auch wieder Nicht zu viel Verballern, weil es sich bei der Base einfach gar nicht lohnt Also da wird auch denke ich mal die CB nicht gekillt Also beziehungsweise meine CB zumindest nicht So, jetzt gucken wir mal Ah, ich sehe auch gerade, ich hatte auch gar nicht so viel zum Zum Locken dabei, also zum Beispiel zumindest zum Clearen So meine ich Das wäre also gar nicht so gut gewesen Ja, reinkommen sollte ich gut Passt, ja okay Die Zeit rennt mir hier nicht davon Nicht, dass man dann da sitzt Oh Mist, meine Boogies sind ja schon längst kaputt Und ich habe da ja gar nichts gerissen Jetzt wäre natürlich auch ein Haste-Spell gar nicht so verkehrt Wenn man da halt wirklich noch ein bisschen Geschwindigkeit reinkriegen könnte Aber gut, so ist halt Ja, ich hätte jetzt auch draußen rumlaufen können Klar, aber Ich meine, den Loot will ich dann schon noch mitnehmen Brauche ich da noch was mehr? Na, ich hau mal noch ein Heiler rein Aber das sollte dann passen Dann brauche ich nicht den Den Rage Hier Komm, Gift Mal gucken, was Was so drin ist Na, die ist schon ganz schön voll Na, das wollten wir jetzt Und dann der Magier noch da Na, ihr wisst ja selber Ich bin ja mit Magiern So ein bisschen auf dem Kriegsfuß Die habe ich ja nicht so gerne in der CB Vom Gegner Und jetzt hier bitte hier langlaufen Genau Du bist meine Freundin Einwandfrei Hier außen noch ein bisschen was gecleared Aufpassen, aufpassen, aufpassen Ja klar X-Bow Dann noch ein normaler Bogenturm Also da kommt schon einiges zusammen So, jetzt nimm dich zusammen hier Aber ich habe die drei Rages Habe ich noch, das passt Ja, jetzt geht Tesla Weg und dann passt das auch Und dann würde ich fast sagen Hier oben noch ein bisschen was Dass ich da noch was clearen kann Mal gucken, was ich da drin habe Das rage ich glaube ich sogar mal Weil mir sonst eventuell die Zeit Beziehungsweise die Prozente denn doch Ah doch, ich habe schon 46 Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet Schade Äh Gut Kriege ich das Dunkle noch? Ja Das Dunkle müsste ich noch kriegen Ah schade, okay Eins zu weit Aber egal Kommt Das ist wirklich Heulen auf höchstem Niveau wäre das Passt Zumal Das Dunkle kriegt Ah, sehr geil Hat es die Hat es die Die Trap noch ausgelöst Einwandfrei Ja, ich sehe mich schon wieder ein bisschen weiter oben Oh, 24 plus Also das ist halt schon so mega kick nochmal Oh und Hier, ihr seht es hier halt wieder Klar, ich bin gerade im Boost Logisch Aber Direkt danach halt nochmal loslegen können Ist natürlich Mega genial Aber Ah cool Das passt richtig gut Weil ich nicht so viele Super Super Ich habe Ja, ich weiß Ich spreche jetzt ein bisschen in Rätseln Ähm Aber ich habe ja jetzt nicht alle Mauerbrecher verballert Hätte jetzt auch gar nicht alle bauen können Und somit passt das natürlich mega Ich kann gleich wieder angreifen Oh, super sweet Ich cut euch wieder raus Ja, hier sehen wir auch wieder Würde ich theoretisch angreifen Wenn es jetzt 20 Pokis geben würde Aber das ist halt einfach zu wenig Hier auch wieder Immer nach und nach Jetzt bestimmt wieder eine Low Base Und dann wieder 50 Stück Townhold 10 Na, mal gucken Bis gleich Ach nee Das reicht mir nicht Das reicht mir nicht Ich brauche ja dann Ewigkeiten Ganz ehrlich Leute Das dauert ja ewig Hier wäre ziemlich nice Zack Gedroppt Und bam Aber da steht leider ein Inferno Wäre der leer Das wäre meine Base Es würde ja bei so einer Base schon vollkommen ausreichen Wenn einfach die Infernos leer wären Das würde ja schon vollkommen ausreichen Zack Zack Reingeballert Fertig Aber Ja, da hat man halt wirklich als Townhold 10er echt den Vorteil Dann sagst du dir natürlich gut Okay, komm Pass auf, ich baller dann Freeze rauf Ist mir doch vollkommen egal Perfekt Geiles Ding Von oben brauche ich gar nicht probieren Klar Aber von unten Und unten normalerweise halt der Tod Ganz klar Aber Für mich ganz gechillt Denke ich mal Sollte Und hier jetzt schön Haste rein Das wäre ziemlich geil Hat nicht mal CB Truppen Richtig cool Und den King Lass ich mir den Falls hier noch Aber ich meine CB Truppen Ich bin schon in der Range von einer CB Ich glaube ich lass mir den King noch Falls die mich hier wirklich richtig übelst antackeln Mir rennt sonst die Zeit weg Ich meine ich muss auch bis da oben hin kommen Das ist jetzt auch nicht ganz so easy Ich muss hier jetzt aktiv Mit austeilen Oh und das war's schon Na dann holen wir hier noch mal eine CB raus King rauf Fertig Jetzt muss ich bloß gucken Ich habe den Rage noch Ich habe den Rage noch Ja ich denke das passt Aber hier hat der garantiert noch Teslas müssten auch noch kommen oder Oder habe ich die übersehen Das müsste eigentlich noch kommen Das müsste eigentlich noch kommen Aber das wäre hier schon in der Range von der Tesla Mal gucken Riesenbomben werden auf jeden Fall noch kommen Da kommt noch einiges auf jeden Fall Wir haben auch nur noch 1,18 Ist jetzt nicht mehr so viel Die Mauerbrecher kann ich mir erst mal schenken So erste Riesenbombe Deluxe Ah jetzt den Luftfeger darf man jetzt nicht außen vor lassen Hier Das kann schnell mal So jetzt solltest du aber danach bitte aufs Rathaus gehen Das wäre sonst ziemlich uncool von dir Queen Ja genau Genau so gefällst du mir Ja hauen wir noch ein Rage rein jetzt Ja wir haben keine Ja ich wollte gerade sagen Wir haben keine Fläche weißt du Und dann kommen die Bogies Beziehungsweise dann kommt der Minenwerfer So und jetzt geht es darum Hier richtig Das letzte aus der Wolle raus zu kitzeln Und Queen Dann haue ich den Rage rein Das ist es mir wert Wenn die eventuell hier noch außen rum rennt Genau Ich haue auch nochmal ein Rage rein Ist kein Thema Reden wir nicht drüber Wenn du das hinbekommst Und mir deswegen dann schön Ich sage nur eins Das ist genau in der richtigen Wie so ein Politiker Das ist genau die richtige Zeit Für diesen Rage gewesen Muss man mal so stehen lassen Ganz ehrlich Das war geil Geil war's So sieht's aus Und das ist Sagt was ihr wollt Das ist ein Spiel Das gefällt mir Das gefällt mir 26 Ihr seht's einfach Ich bin so Episch drauf Also Ja Das ist halt einfach ein geiler Game Ich muss das einfach mal wieder so sagen So ich cutte euch gleich wieder Jetzt haben wir Alter Verwalter Stopp Das ist das neue Hai Bingo Sehr geil Damit möchte ich euch auch erstmal entlassen Ich hoffe es hat euch wieder gefallen Wie gesagt ihr seht Es ist Episch Und es geht weiter Und Ja Cool Auf jeden Fall cool Wenn euch das gefällt Haut ein Like nach oben Einen Daumen nach oben Und Ja Ich hoffe es gefällt euch einfach Also Habt Spaß Weiterhin Und Ja Ihr seid die Besten Reingehauen Ciao Ciao